Hallo ihr Süßen! Warte mal, mal gucken, jetzt sehe ich den Ausschnitt. Ja, mein Kollege hat die Bordkarte. Wir machen mal, danke. Komm mal hier durch. Kommt der mit? Ja, ja, der kommt mit, das ist meine Bordkarte. Jetzt komm, stimmt. Schönen Tag! Wer möchte? Hallo ihr süßen Puppies, ich bin zwar Richo Recieta Parker. Ich bin heute live für euch am Flughafen Tegel. Aber mit dem Kevin Neon, der muss aber gerade essen. Wir filmen ja Leute nicht beim Essen. Und am Air Berlin Hangar, oder wie das heißt, diese bessere Wellblechhütte, da wo die Billigflieger starten. Verdammt nochmal. Da sind wir hier heute, sind schon schön durch die Gepäckkontrolle durch. Ja, kommen wir zu euch. Wir kommen zu euch. Hi! Hier muss man laufen bei euch. Links, rechts, links, rechts. Und dann fliegen wir nämlich heute nach Wien erstmal, ja. Und dann geht es weiter nach Graz. Da legen wir nämlich heute zusammen auf. Ich habe meine Reisehaare heute aufgesetzt. Die sind ehrlich gesagt, die kommen gerade frisch aus der Waschmaschine. Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit. Die sehen ehrlich gesagt aus wie hingekackt und hingeschissen. Aber mein Gott, dafür sind sie praktisch. Und für Graz muss es reichen. Kevin, du isst jetzt erstmal ein bisschen was. Ja, vorher lecker. Und dann hat mir der Kevin Neon, weil der so nett ist, hat der mir ein Säktchen organisiert. Und da bin ich mir noch schön ein anzwirbeln. Und dann schwirbeln. Mit kleinen Wasserschorn zwischendurch und des Salms. Ressica! Das ist so, als ob da wirklich ein Tier drin gestorben ist. Ganz arg. Wir müssen rein. 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 Wenn ihr guckt euch mal die Warteschlange an. Film mal, Kevin. Ich stehe auf der Gästeliste. Ja, da kann ich mal einfach dran vorbei. Guck mal mit. Guck mal mit. Der Veranstalter hat mich auf die Gästeliste gesetzt. Guck mal mit. Guck mal mit. Guck mal mit. Das ist ja eine fliegende Waschmaschine. Das ist hier eigentlich der Backstage. Wo ist denn der Backstage? Weiß jemand wo der Backstage ist? Ich habe da eine Verabredung im Backstage. Ich mache hier heute Show. Guck mal, wir werden mit einer Pommes fotografiert. Das ist doch von Moschino, oder? Dieses Ding, ne? Ja. Toll. Ich kenne mich doch aus. Boa. Guck mal. Guck mal. Oh, wow. Mmmh, hier geht's. Leute, Alter. Einen Toast, wie schmeckt's? Mehl. So, wir sind da. Woody ist besorgen. Was hast du denn getrunken? Ich hab ein Weckchen getrunken. Ich war die ganze Zeit auf dem Klo. Ach so. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flughafen gegen Schwechert. Bitte bleiben Sie noch vor mir angeschnallt sitzen. Das Flugzeug, die endgültige Parkposition erreicht hat, und nach der Wand schnarrt reichen, ist er auf zu lassen. Wo war eigentlich der Backstage-Bereich? Ich hab den Backstage-Bereich nicht gefunden. Einst du jetzt geht's los. Einst du jetzt geht's los. Du hast du jetzt getrunken? Jajaja. Jetzt geht's los. Amit du jetzt geht's los? Ja, es geht los. Ja es geht los. Ja es geht los. Tschüss! Tschüss! Hi! Na? Ja, müsst nicht jubeln, ist schon okay. Ich bin nur ich. Scheiße! Wo sind die Fans, Kevin? Ich hab extra Fans bestellt. Wo sind die denn, die Fans? Der Backstage war auch nicht da. Verdammt nochmal. Du warst doch die ganze Zeit im Backstage. Wo ist denn unser Auto? Aber schön hier in Zürich. Tolle Stadt. Versteh kein Wort. Oh! Oh! Die sind wirklich riesig, die Lämmen. Hallo, Jurassic. Riesig. Hallo, Madonna. Hi. Madonna ist dran. Was will die denn? Ich hab jetzt keine Zeit. Ja, aber Jurassic, die würde ich haben. Ja, echt. Ich hab keine Zeit. Madonna, hör mal zu. Nein. Nein, ich möchte nicht. Nein, ich hab schon die Gabi Decker. Und die Gabi Decker. Nein. Schatz. Ja, ich weiß. Pulsadern, mein Gott. Du bist so laut hier. Was? Ich versteh kein Wort. Was? Du, die Verbindung ist falsch. Die Verbindung ist so schlecht. Ist schon ein bisschen unterschiedlich, so dieses Trench. Ich komm mir grad vor in so einen billigen Las Vegas. Las Vegas Junggesellenabschiedsfilm. Wo jetzt hier gleich die nackten Frauen aus. Die kommen hier so hochgefahren noch, ne? Kevin, komm mal neben mich jetzt noch. Und dann sagen wir noch mal kurz Tschüss. Weil wir fahren jetzt noch anderthalb Stunden nach Graz. Oh, hallo, Neon. Ja, du bist wirklich Neon. Wir fahren jetzt noch anderthalb Stunden nach Graz. Und dann geht's nämlich zum Rush. Und da wird heute aufgelegt. Was ist denn mit deinem Kiefer los? Das ist auch gar nicht so, dass er rand umwandt. Und dann, äh, und dann trinken wir, also ich trinke erstmal auf jeden Fall fünf Schnäpse. Sofort. Ich trinke einen Almdudler. Du trinkst einen Almdudler und dann noch ein stilles Wasser. Ja. Ihr Süßen, es war ganz toll hier in Zürich. Ich hab mich echt gefreut. Wir sind in Graz. Jetzt erzählst du denn die Leute die ganze Zeit. Halt's mal, ich mach grad meine Abmoderation. Achso, entschuldige. Ich halt mich da raus. Ich halt mich da raus. So, ich hab euch mal mitgenommen auf so ein kleines Follow me around. Und, ja, einen kleinen, also einfach mal aus meinem, aus meinem wahnsinnig prominenten Starleben, einfach mal aus dem Happen mitzubekommen. Ich war ja nicht mit. Wer, wer bist du? Achso. Okay, ihr Süßen. I love you so much. Bis bald. Eure Jurassic und euer Kevin Tier. Kevin Tier. Guck auch meine anderen Videos. Die sind genauso fantastisch wie das, was du gerade gesehen hast. Und zwar da, da, da und da. Haa. Jaa, no. Jaa, no. Haa, haa! Mh. 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 Bis zum nächsten Mal.